Ich bin hier wieder und ich habe gerade einen anderen Aufnahmemodus eingestellt und ich hoffe mal, dass in diesem Modus ein bisschen besser ist mit der Aufnahmesqualität. Ich habe gerade gesehen, im letzten Part schon wieder, weil wieder die Qualität sowas von schlecht ist. Das liegt bestimmt nicht zuletzt daran, dass mein Computer sowas von scheiße voll ist, dass mit irgendwelchen sinnlosen Programmen, die kein Mensch braucht, man weiß es ja nie, aber trotzdem sind die irgendwie sinnlos und ja, es ist ein bisschen blöd. Ich sollte da echt mal was tun. Ich habe schon ein paar heute vor der Aufnahme gelöscht. Ja, komm. Ja, in diesem Teil kann ich mich jetzt nicht ziemlich gut erinnern. Das hier ist jetzt ziemlich, äh, ziemlich gar nicht blind. Penner. Hier sind alle Penner. So, nun kommt die ultimative Kanone des Todes, die Ruffy einsteigen wird. Er wird alle vernichten. Nein, wir wollen doch in die Kanone einsteigen. Feuer. Ich bin Depp. Joa. Hey, und was ist jetzt mit der Kugel? Egal. Ähm. Ja, hier konnte man halt auch wieder hoch. Ähm. Stirb. Wow. Boah. Mir reicht's. Ich nehme mir die Kiste jetzt mit. Manche Kisten sind sowas von nervig. Was? Oh, das ist so mal. Ich nehme die Kiste jetzt so lang mit, dass es nicht mehr geht. die kiste mit dem spiel Naja, egal. Hauptsache, sie haben das Spiel überhaupt erfunden, haha. Ähm, so. Langsam nervt. Wir sind hier eigentlich so viel merkwürdigen Piraten. Tja, keine Frage, die uns alle beschäftigt. Ähm. Schön, unbesiegbarkeit ist da oben. Ey, wo ist der Typ von eben? Egal. Jetzt da wieder oben. Egal. Power. Ja, ja. 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 ich will da hoch ich bin so ein peter das war jetzt sowas von mies kann ich hier alles nochmal von vorne machen doch nicht ein glück darf zu stören stört ja alles verdammt was darf man sich nicht erlauben obwohl ich noch nicht mal besonders viel dafür konnte aber das ist halt so ich bin so ein trottel so jetzt arbeite ich mit selbst und das geht es wohl nicht meine unbesiegbarkeit verdammt so so ich 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 Du bist so ein Depp da oben, ne? Und ich bin Satsche Trottel. Und ja, ich bin ein Penner. Genau wie die da alle. Irgendwann dazu bin ich noch Satsche Trottel. Satsche Trottel. Stirb. So was von Satsche Trottel. Ein neues Continuous, safe state. Auch wenn das sinnlos ist. Wie safe state ist man bei einem continue? Egal, jetzt muss ich jedenfalls nicht mehr safe state erstmal. Mit dann ja. Hey du, so. Hey, Apfel, cool. Spoil. Ich bin ein Depp. Mir reicht's. So viel Dummheit kann ich nicht verkraften. So viel Eigen-Dummheit. Ich geh hier erstmal einfach so durch und stirb. Auf Wiedersehen, Kumpel. Und Zorro, erledige deine Arbeit. Danke. So, ähm. Zorro, erledige deine Arbeit. Danke. Da vorne ist noch einer. Hast du den übrig gelassen? Du Penner. Verdammt, jetzt wär ich fast runtergefallen. Die ist schuld. Boah, ich brauch erstmal neue Energie. Neue Energie. Da war die Energie. Ich dachte schon, jetzt würde ich runterfallen. Ist ja ein bisschen doof. So, jetzt fall' ich aber nicht mehr runter. Oh, oh, oh. Kapachi, lass dich von Zorro erlegen. Danke. Zu krönung aufgespießt. Zu krönung aufgespießt. Ich glaube ich kontinuieren. Ist das hier blöd? Wäre ein bisschen dumm, wenn man nicht kontinuieren klicken würde. Jetzt mal ehrlich. Ähm. Wer macht sowas? Das muss ja extrem blöd sein. Wenn man das ganze Leben auch so nochmal von vorne machen kann. Ja, ja. I'm such a trottel. I'm such a motherfucking trottel. Selbst wenn da die Kanone nicht wär. Will ich's glaube ich immer noch nicht nicht schaffen. Äh, immer noch nicht schaffen. Und beschadet hier durchzukommen. Aber die Kanone ist ja auch noch da. Das ist das einzig wahre Problem hier. Hier. Nächstes hab ich diesmal auch noch den anderen erledigt. Scheiß Buggy Kanone. Ich hasse euch alle. Ihr Penner. Musst es sein. Ja, glück. So. Sehr wenig. Dieses Level hat sowas von lange gedauert. Nach dem Anfang von diesem Level geht's in den nächsten Part. So weit war ich glaube ich noch nie, oder? Hehehe. Ich geh da jetzt rein. Doch, hier war ich schon mal, aber das war, da war ich nicht viel. Nur ganz wenig. Yay. Und jetzt. Gong, Gong. Bazooka. Ich komme ja immer mehr. Cool. Da habe ich ja was zu feiern hier. Hä, wieso feiern? Egal. Stimmt es hier irgendwo, Zorro? Zorro? Zorro, wo bist du? Hallo? Bester Schwertkämpfer der Welt in Zukunft. Wo bist du? Der zukünftige König der Piraten wartet auf dich. Zorro? Wo bist du? Zorro? Da bist du. Na, Ruffy? Neaten, right, right hand oder sowas. Egal. Ruffy rennt. Und er rennt. Und er rennt immer noch. Und er rennt immer noch. Und frisst. Penner. Stirb, stirb, stirb. Stirb, 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 stirb. Ich glaube vor, wir beenden den Part an dieser Stelle. Tschau Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. One Piece für Game Boy Advance. Tschau Leute. Euer Christian. withactor –